Hallo ihr Lieben, das gefreut mich, dass ich euch einmal wieder seh, ich muss euch unbedingt was erzählen, ich hab einen neuen Freund, ganz frisch, ja, darum heit ich mich immer so, seit ich bin ja so beschäftigt, aber ich hab jetzt wirklich einmal eine Frage an euch, ich hab da wirklich ein Problem, ein ganz großes Problem sogar, also bei mir ist ja wirklich so, das, der schwierigste Schritt bei mir am Anfang von der Beziehung ist nicht der erste Kuss, sondern bei mir ist das wirklich der erste Chance, das ist einfach so, der erste Chance, das ist immer so eine Überwindung, und ihr wisst es ja, die Männer, die sind ja einfach Schweine, gell, nach dem Hallo-Song lassen die schon den ersten fahren, aber, wir Mädels, wir haben es da wirklich nicht leicht, also, ich wünsche euch was, gell, Tschaui. Tschaui. Tschaui.